Ah, 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 oh je, Mini, abedi, 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 nein, nicht, hallo, Schwester, war ich das etwa? Viel Spaß! So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute? Ja, ihr Lieben, ein neues Video und wir haben einen ganz tollen Gast heute hier, eine wunderbare und langjährige Kollegin, Margot Rotweiler. Ja, guten Tag! So, jetzt wollen wir doch mal sehen, was wir uns heute ausgedacht haben. Was spielen wir denn? Kopfhörer-Challenge. Uiuiuiui, lang nenne ich gar nicht. Also, lassen wir uns mal überraschen. Wer fängt an? Kannst du entscheiden. Braba-ba-ba-bam, dann sollte ich sagen, ich setze mich mal auf und dann geht's los. Geht's von der Laufstrecke? Okay, er hört nichts, ist gut, ist super. So, dein erstes Wort ist das hier. Santi darfst du nicht sehen. Plankton. So, zurück. So, musst du jetzt Santi sagen, das Wort. Plankton. Balaton? So englisch. Platon. Plankton. Plankton. Ja! Ah! Na ja, klar, hier, wie Kini-Polton. Ah! So, jetzt gehe ich das mal weiter. Sehr schön, so kannst du weitergehen. So. Ähm, nicht was Gemeines. Aber, 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 aber. Was ist das? Auf. Aus. Flug. Auf. Zug. Auf. Noch mal. Auf. Zu. Ah! Auf. Führung. Auf. Führung, das wäre richtig gewesen. Ah ja. Obst. Geht ihr tauschen? Ja? Ja, mach ich nochmal. Ah! Du begann. Gersche. Das ist gar nicht so einfach. Nee. Aber das scheint leicht zu sein. Bestimmt. Ja, dann fange ich schon mal an, ne? Mhm. Fee-der. Fee-der. Fleischsalat. Lecker. Fee-der. Fee-der. Fenster. So ähnlich. Fee-der. Feet-der. Fee-der. Freitag. Hä? Hihihihi. Fee-der. 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 Aber es ist ganz schön schwer, es ist nicht leicht. Mu! Mo! Mund! 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 B! Ein M, ein B. Ein Areal war es, aber ein B. Schwer! Ist das schwer? Das ist wirklich schwer. So, jetzt übernehmen wir ihn wieder. Ja. Das ist gemein. Ja. Jetzt kommt's. Schauspieler. 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 Klasse! Schauspieler. Ja! Schwebebahn! Schieber! Stimme, Stimme, Schwammkopf, Schwammkopf, Schwammkopf! So, jetzt übernehme ich noch mal. Das war leicht, ne? Schwer, schwer. Kleber! 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 Oh Gott, so lang? Kleber! 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 Ich brauch keine Ahnung! Klima! Klima! Klima Kleber! Ja! Ist hier mit Pantomime, ja. Mit Pantomime, das hat auf jeden Fall noch nicht gut. Kommen Sie überhaupt nicht auf? Überhaupt keine Ahnung! Aha! Seifenblase! Bim! Ja! Aber das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Ja! So, jetzt müssen wir jetzt mal wieder übernehmen. So lang? Das ist eine Alkoholm. Das ist eine Alkoholm. Wer soll das denn kennen? So. So. Gut, dann vielen Dank für das Video. Ja, da würde ich aber gerne mal kurz reingucken. Dürfen wir da ein Stück Schimmer von sehen. Das machen wir auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Stimme! Stimme! Ich musste nicht mehr das furchtbare Lied hören. War die, na? Gut, setz mal zu Tisch. Wird geschnitten. Ihr wisst ja nicht, was hier auf dem Ohr... Guck mal, er kriegt gleich den roten Kopf. Ja, zu Recht. Oh, schade. Das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr's möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Juhu!